ja willkommen zurück ihr lieben zu einer weiteren folge hier aus evan cast wir sind hier stehen geblieben ich gucke mal und suche die maschine sie soll irgendwo in westen sein hat er gesagt also wir können ja nur in diese richtung hier dann wird sie auch irgendwo hier versteckt sein hier vielleicht sieht nicht so ganz nach maschine aus hier ist nichts nur so ein einfaches bodest was haben wir hier oh mein gott oh mein gott jede menge interessante gegner hier natürlich habe ich auch nicht gespeichert ich kann aber den auto safe laden das ist schon mal gut da bin ich hier wieder bei dem guten und es geht direkt weiter dann würde ich sagen ich würde jetzt auch erstmal lieber speichern oder da vorne bei denen da muss ich gucken entweder schieße ich die mit magie weg ich nehme sie ja one hit schon mal ganz gut die welle wäre da vielleicht noch ein bisschen effektiver also ich weiß nicht ob sie effektiv trifft aber dann kann ich auch noch mal dann schnell zur seite ausweichen und abhauen oh mein gott nein es hat mich getroffen wort es möchte ich muss die dinger doch irgendwie besiegen anders wird es nicht funktionieren okay einmal laden bitte dann werde ich jetzt noch mal vor dem eingang speichern dass wir nicht jedes mal so lange laufen müssen falls ich wieder fehle werde ich ganz bestimmt denn hier sind verdammt viele von diesen dingern und ich wette wir müssen durch diese räumlichkeit um zur maschine zu gelangen so diesmal hier nochmal speichern ist ja schon etwas anspruchsvoller das problem ist so schnell das war das hat nicht getroffen auch ganz super der ist zerstört wo ist der nächste nein volle konzentration da kommt einer angeschwört ich weiß nicht nein ich bin verdammt nochmal nicht schnell genug ich muss das besser timen ich muss das einfach besser timen gut wir haben ja so gesehen unendlich versuche der erste ist eigentlich gar nicht mal so schwer wenn ich hier ein bisschen aufpasse weil der guckt auch nicht in diese richtung aber der rest wird dann doch schon ein bisschen schwieriger da ich auch wirklich nicht sehe wo sie wirklich sind ich kann hier nochmal ein bisschen rauszoomen und wir werden jetzt nach jedem speichern weil umso leichter fällt es mir dann brauche ich nicht alles nochmal neu machen okay da kommen zwei jetzt bitte die frage ist ob ich die auch mit der anderen Magie toten kann oh ich glaube es hat nicht gesehen nein das bringt nichts okay oh ist das ist das fies ich sag euch das ist richtig fies okay ja ich hätte ihn getroffen verdammt ich versuche es nochmal mit durchlaufen ist vielleicht doch sinnvoller als mich hier so abzuraggen ähm ich denke getimed werde ich es wohl doch nicht hinkriegen oh da ist der nächste das ist so verdammt gefährlich hier der kommt wohl doch nicht hm wie soll ich da dran vorbeikommen okay hier ist alles ruhig hier ist alles ruhig hier ist alles ruhig hier ist schon ein klein wenig weiter gekommen oh lass hier oh hier ist auch was verdammt 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 okay einer weniger und hier noch einer okay einmal abspeichern läuft auf jeden Fall läuft 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 dreht er sich nicht wieder um sehr tragisch aber wo zum teufel soll ich auch hin ist die frage hier wird schwierig da komme ich nicht wirklich lang aber ich habe eine idee okay der kann mich von hier nicht sehen oh shit aber die können mich von bestimmter weise nicht sehen und das heißt ich kann sie auf jeden Fall schon mal von hinten angreifen das ist gut von einigen Perspektiven gesehen das heißt jetzt Konzentration nochmal und ich habe mich da irgendwie nach vorne gerollt war irgendwie epic fail das heißt wenn ich jetzt mal hier weitergehe hier ist nichts und den von der Seite hier angreife nein da sieht er mich ei 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 okay da kann er mich sehen ist das wenn ich von hier schieße okay da habe ich eine wieder einer weniger ich sehe auch schon eine Tür den haben wir auch versuchen nochmal zu speichern sicher ist sicher ich will hier wirklich nichts riskieren Okay, Serious, der ist Serious, okay der haut ab, oh bitte mach die Tür auf, ui, das war wirklich knapp, ich hoffe hier sind nicht auch noch solche Teile, aber hier ist schon mal auf jeden Fall der richtige Weg, wo wir hin sollen, oh mein Gott, das ist wirklich richtig gefährlich hier, ich hoffe es gibt einen anderen Weg zurück, wenn nicht, muss ich halt nochmal da durch, das war jetzt irgendwie die Stelle, die richtig krass war, okay, hier sind die Maschinen in der Vergangenheit, gut, 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 dann gucken wir mal, dass ich die Codes verändern kann, funktioniert schon mal nicht, jetzt ist die Frage, okay hier ist sowas eingraviert, jetzt ist die Frage, 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 welche Dockstation ist denn das, südliche Dockstation, südliche Dockstation, gucken wir mal nach, ähm, Energieabsaugung, ähm, Dockstation, ähm, aber welches ist hier die, südliche Dockstation, hier steht nichts von der südlichen Dockstation, volle Energieabsaugung, teilweise Energieabsaugung, 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 ich soll die Codes auf jeden Fall ändern, was wenn ich Energieabsaugung mache, dieses komische H, L und dieses N, könnte ich ja mal versuchen, ach ne, das ist sogar, H, L, N ist sogar angegeben, eieieiei, okay, ich soll die Codes ja trotzdem irgendwie verändern, ähm, wenn ich volle Energieabsaugung mache, einfach mal, also das, 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 dieses komische, also zweimal L, B und dieses komische, ähm, genau, also das hier, L und das, okay, ich habe irgendwas gehört, ah, ich glaube, es hat geklappt, okay, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.